Wie die Krähe schwarz wurde. Früher war die Krähe nicht schwarz gefärbt, sondern weiß wie Baumwolle. Wenn sie flog und von den Strahlen der Sonne getroffen leuchtete wie ein am Himmel dahinsegelnder Edelstein, konnte man sehen, wie schön sie war. Auch die Schlange mit dem stärksten Gift war früher nicht die Laki, sondern die Sancha-Schlange, die heutzutage überhaupt nicht giftig ist. Weil Gift so mächtig war, lag die Sancha-Schlange immer zusammengerollt da und schlief. Denn wenn sie aufwachte und sich reckte, verschoss sie ihr gefährliches Gift, sodass die Pflanzen in ihrer Nähe allesamt starben. Ebenso geschah es, wenn sich zufällig vor ihr ein Kampung befand. All seine Bewohner mussten wegen der Stärke ihres Giftes sterben. Deswegen schlief die Sancha-Schlange immer, damit nicht zu viel Unheil geschah. Die Laki-Schlange ihrerseits besaß kein Gift und sie war neidisch, wenn sie die sehr giftige Sancha-Schlange sah. Tagelang grübelte sie und suchte eine List, um auch in den Besitz eines tödlichen Giftes zu gelangen. Als sie schon einige Tage auf der Suche war, kam die Krähe und setzte sich mit ihren weißen Federn auf einen Zweig. Sie fragte, warum siehst du so bedrückt aus? Die Laki-Schlange antwortete, ich suche nach einer List, um ein ebenso mächtiges Gift zu bekommen wie die Sancha-Schlange. Wenn das so der einzige Grund ist, dann brauchst du nicht so traurig nachzudenken. Warte hier, ich werde mich darum kümmern und es in Ordnung bringen. Die Krähe flog davon, ließ die Laki-Schlange zurück und suchte die Sancha-Schlange. Als sie sie gefunden hatte, setzte sie sich in der Nähe der zusammengerollten, schlafenden Schlange auf einen Zweig. Ehrwürdige Sancha! rief die Krähe. Die Sancha-Schlange schrak zusammen, aber sie wagte es nicht, ihren Kopf zu heben. Obwohl sie zusammengerollt war, sah sie in ihrer Nähe eine Krähe. Ha! antwortete sie brummelnd, weil sie fürchtete, die Krähe könnte von ihrem Gift verzehrt werden, wenn sie lauter rede. Ich habe gehört, dass du ein sehr starkes Gift besitzt. Ist das richtig? Das ist wahr, du Lügnerin. Glaubst du mir nicht? Wenn du es noch nicht bewiesen hast, wie kann ich es dir dann glauben? Nun gut. Die Sancha-Schlange hob ihren Kopf und schaute nach Norden. Du siehst es, sagte sie, wobei sie Gift nach vorn spritzte. Sie hatte recht gehabt, denn alle Pflanzen, große und kleine, die im Norden standen, starben mit einem Mal. Ihr Blattberg wurde plötzlich gelb, als sei es verbrannt. Tiere und Menschen, die in der Nähe waren, fanden keine Gnade und starben im selben Augenblick. Dies alles geschah durch das gefährliche Gift der Sancha-Schlange. Es ist wahr, jetzt will ich dir glauben. Dieses Gift ist aber wirklich sehr gefährlich. Wie sieht es denn aus, dass es so giftig ist? Hol ein Blatt, um es darauf zu tun, sagte die Schlange. Ich werde dir zeigen, wie es ist. Die Krähe flog davon und als sie wiederkam, hatte sie ein Blatt im Schnabel. Sie legte das Blatt vor die Sancha und die Schlange spuckte das Gift aus ihrem Mund. Nur das? fragte die Krähe. Ja. Ist nicht mehr da? Nein, das ist alles. Als die Krähe diese Erklärung der Sancha-Schlange hörte, packte sie schnell das Blatt mit ihrer rechten Kralle, nahm es auf und flog davon. Wie die Sancha-Schlange dieses Verhalten der Krähe sah, folgte sie ihr sogleich. Doch sie blieb zurück. Die Krähe war bereits ihrem Blick entschwunden. Schnell suchte die Krähe die Laki-Schlange auf und legte vor ihr das Gift hinieder, das sie festgehalten hatte. Nimm hier das Gift. Verschlucke es schnell. Gleich wird seine Besitzerin kommen. Sogleich verschlang die Laki-Schlange das Gift und tauchte dann im Meer unter. Sie wagte nicht mehr ans Land zurückzukommen, weil sie fürchtete, der Sancha-Schlange zu begegnen. Das Blatt, auf dem das Gift gelegen hatte, brennt bis heute noch so, als sei es giftig. Die anderen Schlangen kommen zu ihm hin, um da zu lecken, wo früher das Gift war. Sie haben bisher noch Gift, obwohl sie keine so giftig geworden ist wie die Laki-Schlange. Unterdessen war die Krähe ohne Unterbrechung weitergeflogen. Unten folgte ihr die Sancha-Schlange. Tag und Nacht ging die Verfolgung weiter, sodass die Krähe sich schließlich erschöpft fühlte. Ihre Flügel wurden matt. Fast konnte sie sich nicht mehr bewegen. Glücklicherweise kam sie in diesem Moment zu einem Kampon, in dem ein Mann gerade Tücher in Farbe tauchte. Geradewegs aus der Luft stürzte sich die Krähe in die tiefe, schwarze Farbe. Und als sie wieder auftauchte, hatte sich ihr Aussehen völlig verändert. Jetzt war sie schwarz. Als dann die Sancha-Schlange auch dort hinkam, erkannte sie ihre Beute nicht. Sie sah nur einen eigenartig schwarzen Vogel. Schwarz Vogel, hast du vielleicht die Krähe hier vorbeifliegen sehen? Er ist kein anderer Vogel. Eine Hühnerschar aber hatte gesehen, wie die Krähe in die Farbe getaucht und schwarz geworden war. Und ein Küken sagte jetzt der Sancha-Schlange, Sie, Sie, Sie! Ohne aufzuhören. Aber die Sancha-Schlange glaubte ihr nicht, weil die Krähe, die sie verfolgte, weiße Federn hatte. Sie ist es nicht. Die Federn der Krähe sind weiß. Dann eilte sie davon, um die weiße Krähe zu verfolgen. Um die schwarze Krähe kümmerte sie sich nicht mehr. Feier aufzuhören. Sein